Um mit dem Panther von Level 5 auf Level 6 zu kommen, müssen wir 20 Gegner heimlich töten, 4x2 Gegner in weniger als 3 Sekunden töten, 2x4 Gegner mit einer MP oder Pistole töten ohne nachzuladen und 2x3 Gegner töten ohne entdeckt zu werden. Das ist alles sowas von gar kein Problem. Das ist ja schon fast lächerlich, aber ich meine, wir reden hier auch so von Stufe 6, Stufe 5 auf 6. Ist ja klar, dass es da noch nicht so abgeht mit dem Grind. Erstmal wieder an diese MP5 da gewöhnen. Ich höre hier Wolves. Ah, da unten. Und da sind auch noch welche? Da, ein 3er-Trupp. Alles sauber. Oh, noch einer. Habe nichts zu berichten. No. Nehmen wir mit. Alles ruhig. Verdammt, Dieter. Shit. Shit. Tja, Pech gehabt. So, dann schnappen wir uns da unten die 3 noch. Zum Glück haben die Wolves ja keine bessere KI als die Sentinels. Sondern teilen nur mehr Schaden aus. Damit hätten wir 2 von den 4 Herausforderungen bereits bestanden. Vorne haben wir noch einen kleinen Trupp. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? 12 Gegner heimlich und noch einmal 2 Gegner in weniger als 3 Sekunden. Die haben wir da. Die haben wir da. Hm. Da haben wir natürlich keine Deckung hier unterwegs. Was? Der hat aber super schnell reagiert. Schneller als die Wolves eben. Und irgendwie kann ich mich nicht mehr hinstellen. Ah, jetzt geht's. Okay. Gut. Alle Herausforderungen mit Nachladen haben wir bestanden. Können wir jetzt auch mal nachladen. Brauchen wir nur noch. Neun Gegner. In der Drohne möchte ich mich erstmal fernhalten. Wobei da unten auch wieder eine ist. Ja, wir müssen ja nur sofort drohen. Ach. Schau mal eine an. Das hier ist ein Amon-Verteidigungsgebiet. Da benutzen wir doch schnell mal Deo. Haben wir zufällig C4 dabei? Das wäre ganz nett. Hm. Ja, hier. Nur eine Drohne hier. Irgendwie... Irgendwie ist das C4 durch die Drohne durchgefallen. Hat aber tatsächlich auch als Gegner-Kill gezählt. Da kommen wir die Kiste gerade mit. Und die Materialien von der Drohne natürlich. So. Gut. Oh, hallo. Okay, die sind jetzt leider nicht heimlich gewesen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Haben die alle die Explosion gehört? Auf die Dach raus! Also, das machen wir so. Zack. Dann wissen sie nicht, wo wir sind. Und das heißt, Kills zählen wieder als heimlich Kills. Sechs Stück brauchen wir noch. Ach, wir sind Feinde! Bereit machen! Ich gehe in Deckung! Oh, was... Oh, ja, komm! Ah, da ist er. Okay, die Polizeidrone kommt noch. Das könnte ein Problem werden. Ich deodoriere mich mal wieder ein. Drohne auch kein Problem. Ach, Mann. So. Oh, das ist ja noch eine Kiste. Die habe ich aber wohl schon. Okay, gut. Wir brauchen noch vier heimliche Kills. Das hier war jetzt ja nicht sehr heimlich. Um nicht zu sagen, gar nicht. Ich glaube, ich setze mich einfach mal in das Auto hier und fahre mal die Straße entlang. Da werden wir sicher noch den ein oder anderen Gegner finden. Muss ja nur töten. Vorne sind schon direkt zwei. Ich dachte gerade schon, ich könnte ja vielleicht auch mal drüber fahren. Aber da sind ja direkt vier. Das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar. Weißt du was? Dann mache ich das ganze Risikoarm. Oh. Oder auch nicht. Denn ich habe leider noch keine Simultanschussdrohne freigeschaltet. Kann ich die gerade freischalten? Simultanschussdrohnen. Wo sind sie denn? Das hier sind Sensorgranaten. Wo sind Simultanschussdrohnen? EMP-Granaten. Schaltet man die überhaupt so frei? Ich erinnere mich nicht. Sag mal. Ich war der Meinung, ich... Auch, ich hätte die schon, aber... Schneidbrenner. Sensorgranate. EMP-Granate. Gedöns. Na, auf dem Gedöns generell. Aber keine... Simultanschussdrohnen. Hm. Nun gut. Dann eben nicht. Dann eben halt nicht risikofrei. So, das war's. Damit sind wir auf Rang 6. Geht auch mit Risiko.